Avocados gelten als echtes Superfood. Doch nicht immer sind die Tropenfrüchte auch gesund, denn viele von uns begehen den Fehler, die Avocados vor dem Essen nicht abzuwaschen. Dabei können auf der Schale Keime wie Salmonellen oder Listerien lauern, die ein echtes Gesundheitsrisiko darstellen. Dazu kommt, dass Avocados stark mit Pestiziden behandelt werden. Es ist deshalb wichtig, die Avocado vor dem Aufschneiden immer gründlich unter fließendem Wasser abzuwaschen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wäscht auch das herausgelöste Fruchtfleisch ab.